Das Problem der gespaltenen Haarspitzen ist jede Frau mit langen Haaren bekannt. Sie lassen sich schwer kämen, drückende Spitzen verderben das Aussehen über die gesamte Länge. Selbst mit einem sehr guten Haarschnitt. Der Grund dafür könnte in mehreren Faktoren zu suchen sein. Färbung und Aufhellung der Haare, Wärmebehandlung mit Haarglätter oder Lockenstopp, niedriger Temperaturen oder Zone. Der häufigste Grund ist allerdings der Mangel an richtiger Haarpflege. Jeder träumt jedes Mädchen von schönen langen Haaren. Mit dem Aufsatz Haargepolissen ist es möglich, das Problem der geschädigten Haarspitzen für immer zu vergessen. Das ist eine einzigartige neue Prozedur, die schnell und qualitativ fast alle gespaltenen Haarspitzen zu entfernten Ehe ermöglicht, indem die Haufflenke maximal bewahrt wird. Beim Polieren wird nur eine Spitze jedes Haares von 3 bis 10 mm abgeschnitten. Unser Aufsatz ist mit der Mehrheit von professionellen Haarmitteln kompatibel, die einen Qualitätsschnitt im rechten Winkel ermöglichen. Dadurch bleibt der Effekt für lange Zeit erhalten. Das Polieren der Haarspitzen ist eine neue Prozedur, deren Effektivität von mehr als 30.000 Frisüren bestätigt ist, indem Sie die Haarspitze-Politur in Ihre Arbeit erfolgreich anwenden. Der Aufsatz Haargepolissen ist nicht einfach nur ein Werkzeug, sondern eine qualitative, nachgefragte und effektive Dienstleistung für Ihre Kunden im Salon.